Borussia Mönchengladbach begibt sich in diesem Sommer auf den ehrgeizigen Weg, seinen Kader zu überarbeiten und die Lehren aus dem Beispiel von Bayer Leverkusen erhellen den Weg, der vor uns liegt. Die jüngste gemeinsame Einschätzung der Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach und Trainer Gerardo Seuane spiegelt einen klaren Ruf nach Veränderung wider. Vor dem 1 zu 1 gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag betonten beide die mangelnde Führung der Mannschaft und die Dringlichkeit einer neuen Hackordnung. Der Generaldirektor des Sports, Roland Wirkus, schloss sich dieser Meinung an und betonte, dass sich das Team in Bezug auf die Führung in einer Übergangsphase befinde, insbesondere nach dem Abgang mehrerer wichtiger Spieler in den letzten Jahren. Wirkus, Vergleich mit Bayer Leverkusen, wo die Ankunft von Granit Xhaka für entscheidende Stabilität im Mittelfeld sorgte, bietet einen wertvollen Anhaltspunkt. Obwohl er anerkennt, dass Borussia nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um Spieler von Kekas Kaliber zu verpflichten, betrachtet er den Erfolg von Leverkusen als eine inspirierende Quelle, um das Rückgrat der Mannschaft zu stärken. Geplante Transfer haben einen doppelten Zweck, die Stärkung der Mannschaftsstruktur und die Stärkung ihres Spielstils. Obwohl erwartet wird, dass Seuane in dieser Position bleibt, bleibt Unsicherheit über die taktische Richtung bestehen, die er umsetzen möchte, insbesondere angesichts der inkonsistenten Ergebnisse seit Jahresbeginn. Mit lediglich zwei Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen, darunter dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, steht die Borussia vor einer großen Herausforderung, ihre Position an der Tabellenspitze zurückzuerobern. Jetzt sind die Fans an der Reihe, ihre Meinung zu äußern. Wie sehen Sie diese Suche nach Inspiration im Modell Bayer Leverkusen? Welche Erwartungen haben Sie an die geplanten Veränderungen im Kader und Spielstil von Borussia Mönchengladbach? Dies ist die Zeit, Ihre Meinung in den Kommentaren mitzuteilen und Ihre Kräfte zu bündeln, um unseren geliebten Verein zum gewünschten Erfolg zu führen.